Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und Bekannte zu einem Let's Play von Sean White Snowboarding mal wieder. In letzter Zeit habe ich einige Probleme mit den Aufnahmen. Gestern hatten wir schon mal welche gemacht, die dann leider aber auch in die Hose gegangen sind, weil die Videos in Deutschland geblockt wurden wegen der Musik. Deswegen müssen wir jetzt auch leider ohne Musik spielen. Ich hoffe das stört euch nicht und ich lege jetzt einfach mal wieder los mit der erneuten Eurosuche. Also ich habe jetzt einfach mal wieder so ein ganz kleines bisschen von vorne angefangen. Ich glaube ich mache mal eben die Töne ein bisschen leiser. Ach Quatsch. Ja Musik ist eh dann aus. Na so muss es reichen. Gut dann zurück. Und da haben wir auch schon den ersten Mr. Euro. Und fallen mal wieder in eine Klippe. Wuhu. Was für eine spannende Angelegenheit. Ich habe das Gefühl, dass das immer noch ziemlich laut ist. Ich mache mal alles so auf drei. Ach, ich vertue mich hier mal mit der Klippe hier. So jetzt sollte es aber eigentlich gehen. Oh, schade. 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 So hoch kann er dabei auch nicht springen. Ja. Ja. Oh, schade. Oh, schade. Okay. Oh, schade. Okay. Ich nehme hier mit locker flopping 30 Frames auf, das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Ach, dieser Frontflip ey. Jetzt aber. So, ich hoffe wir kriegen dann auch mal bald diesen Euro da. Na? So, aber ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern hier. Ah, das war auch nichts. Dafür hört man jetzt die anderen Töne viel besser. Immerhin etwas. Ich meine, was nicht schön ist, muss man sich halt schön reden. Oh, jetzt ist die Framerate mal ein bisschen in den Keller gefallen. Aber immer noch nicht so schlimm. Hoffe ich. Oh ne, in den Wald wollte ich nicht. Ich finde, so langsam könnte dieser Euro da jetzt schon mal kommen. Ah, und. Da ist er ja auch schon. Ach, Menno. Wäre ja auch zu schön, wenn das mal beim ersten Mal klappt. So, da gerade leider das Spiel ein bisschen abgekratzt ist, bin ich einfach mal hier vorgefahren, damit es nicht zu langweilig wird. Und jetzt versuchen wir halt den Euro zu bekommen, was wieder mal nicht gelungen ist. Na toll. Ich bin ja sowas von talentiert. Ja, also müssen wir jetzt wieder hier hochstopfen. Plump, 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 plump. Ja, das ist doch toll. So macht das Spiel Spaß. Ah, endlich hab ich den. Wär auch feindlich genug gewesen. Gut, dann fahren wir einfach nach unten und, äh, wir enden das dann, soweit es geht. Dann sehen wir mal zu, dass wir möglichst schnell nach unten kommen. Das ist leider ein bisschen hier rausgefahren. Ta-ta-ta, kann man alles noch ändern. Und da sind wir wieder drin. Dann kann man mal ein bisschen Gas geben. Ah. Da kriegen wir ein bisschen Teufel Benachrichtigungen, man glaubt das nicht. Ah, das war's wohl nicht. Und da sind wir auch gleich mal wieder unten. Dann gehen wir hier mal raus und suchen uns eine andere Location aus. Ah, nein, Farm. Und Europa. Und auch noch Europa. Ja, dann weiter hier. Weiter. So, und dann geht's auf zum Hubschrauber. Ja, dann geht's wohl los, wenn's losgeht. Jetzt wird veranderung sind einige Intelligenz-Allergiker. Ich glaube, einige Hintern sind reif für einen Tritt. Ja, und dann. Passt auf deinen Kopf auf! Okay. Okay. Und mal wieder schön blockig eine Lawine ausgelöst. Das macht auch schön Krach. Und dann kommen wir, wenn's los geht's. Jetzt kommt's los. Jetzt kommt's los. Nein. Ja. 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 Ja.